Markus Stalder gehört zum Foyer- und Aussendienst-Team der Freien Evangelischen Gemeinde des Missionswerkes Mitternachtsburg. Markus, geniesst du die gut vierwöchige Adventszeit? Und wenn ja, wie? Sicher werde ich mich freuen auf die Adventszeit. Und dann sicher mit der Familie, mit der Frau, mit den Kindern und vielleicht mit den Grosseltern an Weihnachten. Und ich habe noch Ferien und werde das sehr geniessen.